Herzlich willkommen in diesem Video geht es um die drei besten Badgarnituren. Das High-End-Produkt in unserem Badgarnitur-Test geht an die Green Modern Badgarnitur. Klomatte mit Ausschnitt für Toiletten mit Fußbreite bis 23 cm. Matte aus Bambus hergestellt aus natürlichem Material. Auf der Rückseite des rutschhemmenden Toilettenvorleger sind Anti-Rutschnuppen aufgebracht und es ist ein absoluter Hingrücker für Standtoiletten. WC-Vorleger 50x50 cm mit Ausschnitt 23 cm breit aus Bambus. Einen Teppich für Standtoiletten aus Bambus findest du nur hier. Eine WC-Umrandung, die durch die tolle Optik das Bad zu deiner neuen Oase macht. Der Kloteppich ist versiegelt, kann schnell feucht abgewischt werden und ist kein Schmutzsammler wie Textilmatten. Den besten Preis findest du unten in der Videobeschreibung. Der Qualitätssieger ist die IDS Badgarnitur. Die Badematten sind aus Polypropylen gefertigt, das das Wasser schnell aufnimmt und dadurch ihre Füße und den Badezimmerboden trocken hält. Die Badematten und WC-Vorleger sind weich und fühlen sich unter ihren Füßen sehr angenehm an. Das Badematten-Set hat eine rutschfeste Rückseite, um sie und ihre Familie vor einer rutschigen Oberfläche zu schützen, legen sie die Matte nur auf einen trockenen Fußoden. Die Bad- und WC-Vorleger sind sehr leicht zu reinigen. Maschinenwaschbar und schnell trocknend. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Badgarnitur-Test ist die Erwin Müller Badgarnitur. Erwin Müller WC-Umrandung in einer kreativen Mischung aus Grafik, modernem Schwung und Farbharmonie. Herrlich weich und flauschig, so werden ihre Füße auf Schritt und Tritt verwöhnt. Rückseite mit rutschhemender Beschichtung. Für Fußbodenheizung geeignet Material 100% Polyacryl Pflege 40 Grad Wäsche, Trockner geeignet Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like als auch einem Abonnement freuen.